Hallo wieder! Nicht wieder Kills, sondern um ein klein wenig Abwechslung zu haben, sagen wir, wir holen Bargelder, geht vorwärts, wunderbar, schon wieder ein Upgrade, meine Güte, Gegenstände zum Anpassen, Goldwaffenkostüme, ich meine, das hatten wir schon, aber okay, ihr wisst ja, das Spielstein der Hopping, es wird so weit, rette Kinsey, ist das jetzt aktiviert, oder, bin ich dumm, ich bin dumm, sag an. Ja, wegen der Stimmlautstärke, ähm, mach ich's jetzt. Immer noch so, dass, wenn die quatschen, drück ich kurz bei der Musik auf Pause und dann, ja, halb so schlimm. Das ist doch verarsche. Na dann, auf geht's! Je они sizzle! DATA RECEIVED! Hmm! Very interesting. It seems... Ga сами Celsius In interesse sound! GGHHHHH!!!! Wir können besser Sid folgen, als dass du da noch rumdoktorst. Wichtig ist nur, dass wir Kinsey finden. Hallo Sid, ich weiß nicht wohin. Na, wie sieht es aus? Tschüss. Okay. 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 Wow. Danke. Mach du deinen Job? Ich mach meinen. Ja. Okay, keine Superkräfte. Äh. Kenzie, come on, let's make ourselves scarce. If you want to speak with my husband, he'll be home this afternoon. Kenzie? Say, I'm afraid I don't have much of a green thumb. Oh, can you help me get this bulb to sit right? Äh. Klar. Ah. Ah. Oh, eine Frau, die Auto fährt. Oh, mein Gott. Aber wisst ihr was? Das ist mir scheiße gerade. Verpisst euch. Ich muss meine... Ich muss meine Bitch schreiten. Hehehe, guten Flug, du Penner. Das halte ich von eurer Welt. Von eurer surrealen Welt. Das ist ja nix normal, ey. Dreck. Och, wisst ihr was? Hehehe. Scheiß drauf. Die haben's nicht anders verdient. We got another Kinzie ahead. Should I... Wait. Ah, f***. What's going on? Oh, you're dead. The cops have Kinzie. Nein, nicht aussteigen. Du hast keine Superkräfte, dämlich Ziege. Okay, die fahren eh da hinten rum. Dann kann ich direkt abkürzen. Mit ein bisschen Glück kommen die mir her. Nein. Kacke. Ich dachte, hier würde es gerade ausgehen. Scheiße. Och. Was ist denn das für ein Piep? Äh. Okay. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben zwar keine Waffen, aber wir haben Zeit. Warte mal. Ja, ist egal. Ein bisschen Schwund ist im Morg. Ach, f***. Fuck, Alter. Kennen Sie, wo bist du? Und wer, das ist wieder hier in der Trappe oder an? You won't live to regret that. Tschüss. Kommt her. Kommt her. Kommt her. Kommt her. No more of your shit. Da geht noch was. Hehehehe. Boah, überlegt mal, wie ich den angefahren habe und der lebt immer noch, der Penner. So, jetzt ist er tot. Geht doch. So, jetzt reicht's. Komm her. So, Kenzie. Komm her. So, Kenzie. Komm her. Dass du wieder unter uns verheizt. Komm her. Zack. Okay. Kein Polizeiwagen. Kenzie? Stehst du auch? Ach, nein. Der paramilitärer Thug, der versucht, die Amerika zu retten, indem sie mit einem großen nuklearen Missile zu retten. Ja, wir haben den Weg gebracht. Er ist... in charge hier. Keine Weise. Uh-uh. Ist das nicht tot? Nicht in Kinzie's Mind. Nein. Ich lauf dahin. Geht schneller, als sich jetzt ein Auto zu besorgen. Ja, aber schön mal wieder hier zu sein, oder? Die guten alten 50er. Wer erinnert sich nicht gerne daran? Äh. Von denen, die sich daran erinnern können. Oh, nein. Ich kann nicht direkt von dieser Seite. Warst du schon mal? Nee. Falsche Frage. Sorry. Vergess das. Hm. Wie formulier ich's? Hast du in den 50ern schon gelebt? Ja, oder... Ja. Kann man akzeptieren. Jo, 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 jo. Kinzie! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Du hast keine F***in' Hilfe. Und ich kann nicht zu diesem Garbage noch ein paar Minuten. Er hat Speakerboxen überall in der Stadt. Wenn du wirklich willst ihn aufhörst, musst du sie alle wegziehen. Ohhhh. Ich will mich doch fragen. Matt, was kannst du überhaupt? Schaffst du es noch nicht mal, mir ein paar Knarren zuzuschustern? Also, ehrlich. Gut, dass... Gut, dass ich ein bisschen technisches Know-how hab. Ja. Ah, vielleicht hier noch ein bisschen drehen. Da, das Neuverkabeln. Wunderbar. Matt, buddy, if you don't find a way to give me some kind of weapon. I'm telling you, this simulation is locked. Oh, oh, wait a minute. Matt's excited. This can't end well. I've left you something in a weapons crate. Na, dann schnell her damit. Dann nehme ich sogar die Abkürzung. Boah, wehe, das ist keine ordentliche Waffe. Dann hau ich dich. Komm, du hast ihn. Was ist das? Wie ist das? Die Abkürzung ist ein Blockpartei. Ich habe gesagt, keine Weapons müssen. Aber die Macht der Musik kann aufhören alle Obstakten. Oh, das ist Musik. Ja, ich bin. Ich kann die Musik. Wie funktioniert das? Play. Oh. es war mir ein bisschen in der throate Es gibt zwei mehr! Was ist das? Da! hat er mich voll umgefahren? sauerhund ok das sollte reichen 2 ja Freunde Lautsprecher neu verkabeln da könnt ihr noch was lernen für eure Zukunft als Mechatroniker schaut genau hin da also zwei Kabel sehen wir und sie fummelt da ein bisschen rum und dadurch, nur dadurch gehen die Lautsprecher kaputt also habt ihr gut aufgepasst ich hoffe noch noch einer 8-2 diesmal oh yes i can stop the signal tanz 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 ist doch kein Ding Freunde ist doch kein Ding mittlerweile sind wir so ausgeskillt die können uns eh nix mehr anhaben dann flitzen wir doch jetzt mal zum letzten Lautsprecher ich sagte flitzen flitzpieper ach guck mal die tanzen immer noch cool ich glaube aber die tanzen nicht wegen mir ja egal 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 oder? mal schauen ihr tanzt nicht ne? so jetzt tanzt wieder find ich cool einfach cool oh wenn ich den seine Stimme schon höre ich aggressiv so jetzt den letzten Lautsprecher na habt ihr auch verstanden was er gesagt hat ist aber ein dickes Korbel ok that's it sorry sorry fellas my dance card is full ach die und ihre scheiß propaganda laster das das gute ist die schieben und zwar von links nach rechts aber schaden nehmen wir jetzt nicht dadurch und umgehauen werden wir auch nicht mehr ha wir sind einfach zu gut geskillt so einer noch komm her freund oder bleib da stehen ist mir auch recht dann mach ich dich halt aus der ferne kaputt haha tschüss tschüss oh oh ich hab Angst ich mach mal vorsichtshalber Musik aus tanze ok das will ich sehen was ist das Sam Hill ich dachte das war eine Party wir tanzen komm Kinsey shake it baby wie süß er hat mich ganove genannt Kinsey tu mir eingefallen nimm die Brille ab und verwuschel mal deine Haare und verwuschel mal deine Haare das sieht strange aus ohne Ton komm hier zack ja komm ey ich komme ich habe eine neue Wahrnehmung für dich bring es und ich reflektiere es im die mit die 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 Kraft habe ich immer noch nicht und das ist übrigens die ingame musik von der waffe geht doch eigentlich oder dagegen sind wir natürlich nicht gefällt ja komm tanz tenner Kinsey, das machst du doch gar nicht mal so schlecht. Ha? Willst du mit mir tanzen? Kinsey, let's get the fuck out of here. Hey, you swore! Äh. Das mängelt er jetzt an. Nach... Wie viel Piepsen? Hallo, Schatz! Willkommen zurück! Schnuckiputz. Also, ihr habt Kinsey gehört. Wenn ihr irgendjemandem was davon erzählt, was ihr gerade gesehen habt, dann kommt sie höchstpersönlich bei euch vorbei. Und ich schwöre euch, das wird kein Spaß. Überlegt's euch gut. Und ihr habt Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dann! Ciao! Tschau! Schatz!